Hallo Freunde der Pixel und Polygono und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Immer noch mit Eduard Maxi dabei. Nein, nur noch mit Maxi. Und im neuen Headset. Eduard Maxi, ja, er hat sich ein neues Headset gekauft. Nur um mit mir zu spielen. Und für euch ein gutes Let's Play zu machen. So wunderschön, der Junge. Ja. Oh Gott! Das fängt an wie letztes Mal. Das Motto für diese Aufnahme ist wieder Let's Fail Super Mario 3. Er hat das Motto festgelegt, weil er es am besten kann. Du hast es mir vorgemacht. Nein. Doch. Ich hab dir nie was vorgemacht. Außer in der Liebe. Wieso bist du eigentlich nicht hier runter gegangen? Scheiße! Wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, und wieso triffst du den Kasten nicht? Muss ich doch nicht. Ja, du bist ein richtiger Schummler, richtiger kleiner Schummler. Nur weil ich's kann? Du kannst gar nichts. Ich bin auf jeden Fall schon mal groß. Na und? Jetzt bist du gleich wieder klein. Aber ich bin weitergekommen als du. Was bist du? Nein, 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 nix. Alles okay. Was bist du? Weitergekommen als du. Aber das sah gerade ganz anders aus. Aber ich konnte zwei Treffer einstecken und du nicht. Na und? Ich kann jetzt auch zwei Treffer einstecken. Ja, wodurch wohl? Weiß ich nicht. Durch diesen Pilzchen, den ich gerade gefunden habe. Ach, wie hast du den gefunden? Ja, ich bin hier runter geschwommen. Ah, und das wusstest du woher? Ja, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Von Luigi, ne? Wie? Ne, nicht Luigi. Mario! Ah, Luigi, der hat's gerade vorgemacht. Luigi hat gar nichts vorgemacht. Doch. Luigi ist der missverstandene Bruder von Mario. Nein. Oh, 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 oh. Profi? Was, Profi? Super. Mario? Ja, du. Ja, was wird das? Ja, Action wird das. Ich muss spannend machen. Sonst kriegen wir ja keine Zuschauer, weißt du? Wir haben doch schon welche. Wen? Dein Infokurs? Nö. Zwei Stückchen davon. Wenn überhaupt. Keine Ahnung. Oh Gott. Notenblöcke unter Wasser. Das, ja. Aha. Ja! Fuck! Genau so gehört sich das. Jetzt stirb. Hohohoho. Nein. Lacker. Es war kein Lack. Es war alles gekonnt, mein Freund. Gekonnt. Klar. In dieser Aufnahme schaffen wir mehr. So, die letzten sechs Welten. Auf geht's. Gönn dir. Oh Mann! Gönn dir. Fisch. Fisch. Tod. Dafür schaffen die letzten sechs Welten. Ja, du. Glaub ich heute. Vielleicht die letzten sechs Level. Wenn überhaupt. Oh, das ist voll scheiße. Dann kannst du wieder das Pilz holzen. Oh Mann! Ja, was meinst, warum ich gestorben bin? Alles Plan. Auf jeden Fall. Fischi! Ich sterb gleich eh wieder. Von daher kannst du es dann haben. Falsche Richtung, ne? Noob. P-Switch? Nein, doch. Mach hier gar nichts! Doch, in Fische springen. In der Maul. Ich find das gar nicht witzig. Kannst du mal bitte sozial mit mir reden? Nein. Okay. Merke ich mir. Okay. Richtig gut, dass der alle heute auch Sonntags ausliefert, ne? Ja. Wegen Weihnachten. Boah, das war knapp, ey. Das war Skill! Er holt sich den Pilz. Man kommt dann... Mann! Kommt man da nicht mehr hoch? Junge! Dann kommt der wieder hoch, ey. Jawoll. Du 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 du. Mann! Wir schaffen nicht, wir schaffen. Wir müssen gleich das erste Level da nochmal machen. Stirbst du? Nein, ich sterbe nie. Ja, und wieso müssen wir es da nochmal machen? Ja, wohl... Weiß ich nicht. Ja, genau. Okay, pass auf. Komm, jetzt Pro. Geh weg. Stürb! Was? Stirb! Nicht! Nicht, hab ich gesagt. Werd nur klein, das reicht. Ha! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Boah, der Beste! Der Beste! Lacka! Der Beste, der ist! Komm, das schaffst du doch jetzt aber! Alter! Easy going alles! Schaffi auch! Weiß gar nicht, wie viel Glück da grad hinter steckt! Ne Menge! Ich kenn dich doch, wie du spielst! Kennst du gar nicht! Doch! Was?! Wann so durch bin ich gestorben?! Du hast das Ding aufm Kopf bekommen! Quitt, komm! Schaffi auch alleine hier! Ja komm, mach mal Level 1 für mich! Welches war das? Ach das, ja! Locker! Easy going! Ein Pilz wiederholen, ne? Ich glaub wir haben uns das falsche Spiel ausgesucht! Nein! Wir brauchen ja eins für lange Aufnahmen, von daher ist das das richtige! Jetzt hab ich schon wieder Skype-Sound, obwohl ich mich auf abwesend gestellt hab! Hordarkind! Ja, richtige Hordarkinde! Ich mein dich eigentlich, ne? Aber... Alter! Genau so bist du eben auch gestorben! Genau so! Ich weiß! Das ist doch Drecksvieger! Hast du noch deinen Hammer? Na, wir brauchen zwei Hammer, glaub ich, um hier durchzukommen! Ja! Das ist unnötig! Ich hab schon wieder einen Skype-Sound! Jung! Egal! Ja warte, dann machen wir gleich! Wenn ich dieses Level geschafft habe, ohne zu sterben, äh... Machen wir kurze Pause und dann... Ne? Weißt Bescheid? Können wir machen! Weil... Wenn das schon ein Part ist, dann okay, sonst... Ne, ne, kurze Pause... Und einfach weitermachen! Einfach weitermachen! Ja, und einfach weitermachen, um halt Skype auf... Alter! Wir machen das einfach so, dass die Zuschauer nichts mitbekommen, ne? Richtig! Richtig! Gut! Ah, ich muss ja hoch! Alter, das ist wieder ne... War hier einer? Ja... Mit Kindern, oder? Da! Happy Family! Familie im Brennpunkt! Haha! Gucken, ich hab das Level geschafft! Ja, hätte ich auch! Wenn ich nicht gestorben wäre! Oh! Was für ein Argument! Wenn ich nicht gestorben wäre! Ist aber stichhaltig! Ja, ey, ich... Ich hätte auch 15 Punkte geschrieben, ne? Hätte ich nicht 14 geschrieben! Das stimmt! So, jetzt machen wir kurze Pause! Pass auf! Jetzt... Jetzt ist es aus! So! Wieder da! Ah, la! Wir waren doch gar nicht weg! Doch, ja... Das stimmt! Nix passiert! So! Jetzt machen wir dieses Level bitte mal! Jetzt will ich mal was anderes sehen! Ich kann nicht mehr Mario spielen, ey! Haha! Oh, man! Wer zu live! Oh! Zorn? Oh! Alter, der Fisch, der Fisch, der Fisch ist richtig dein Freund. Lass die Kostensinkassen sein. Der ist kaputt, ey. Nein! So sieht's aus, wenn Thunfisch sich wehrt. Das fängt heute so gut an, ne? Nee. So. Wir knacken auf jeden Fall die 100 Parts. Guck dir das doch mal an. Oh Gott! Wir knacken die 100 Parts. Das können wir nicht hochladen. Das geht nicht. Oh Mann. So. Ich hasse Wasserlevel eigentlich, ey. Wasserlevel ist das Schlimmste. Mann! Lachen. Doch, ich lach. Skill! Was, Skill? Da unten, der sinkt gerade. Oh, Junge. Das hat mir auf den Kopf gefallen. Junge. Ich bin geschwommen. Du bist horder, Mann. Du bist so horder. Nope. Junge. Ich glaube, um unsere nicht vorhandenen Skills zu kompensieren, müssen wir wieder Witz über Kai machen. Nee, nee. Dürfen wir nicht mehr. Weißt doch, hier, rechtliche Verkübung. Oh Gott, Mann! Du bist gut, ey. Ich glaube, wir dürfen das erste gleich normal machen. Ich glaube, wir hätten Super Mario World nehmen sollen. Ja! Da kann man wenig Spinjumps machen. For real. Und ich brauche, glaube ich, ein besseres Gamepad. Ich spiele ohne Gamepad. Ja, das würde ich niemals hinkriegen. Mann! Das war perfekt getimed. Leider nein. Oh, fick dich. Ich glaube, das guckt dir jetzt... Ab jetzt guckt eh keiner mehr zu. Jetzt wird vorgespult, ganz schnell. Ja, wir können sagen, was wir wollen. Hört eh keiner mehr. Okay, sind wir jetzt leise. Ja, okay. Aber ich habe noch ein Leben! Oh, Junge! Alter! Äh. Ach Gott. Mann, ey. Vielleicht sollten wir das nächste Mal üben. Was sagst du dazu? Gar nichts. Warum? Ey, wieso... Es liegt denn trotzdem da lang, Mann. Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist, wo der Hensel liegt. Ohohoh. Ganz! Was? Wie, da ist nur eine Münze drin. Eine verkackte Münze. Wie bitte? Was, wie bitte? Nix. Danke. Mann! Das ist nicht wahr! Level of Epic Torture. Was machst du da? Nichts. Ja, ich merke das schon. Warum gehst du einfach AFK? Bin ich nicht! Natürlich! Außerdem bin ich ganz Zeit AFK, weil ich am Gamepad bin. Und nicht am Keyboard. Oh, Wortwitz. Wahrheit. Komm, kriegst du diesen Pilz? Ja. Nee. Doch, aber nicht heute. Okay. Offscreen, ne? Ja, wie immer. Weißt du, vorhin, wo wir Probe gemacht haben, wieder haben wir doch die drei Welten eben geschafft. In zehn Sekunden. Ja, klar. Aber jetzt Kamera-Lampenfieber, ne? Ja, klar. Hab ich immer. Ich bin weitergekommen als sonst, ey. Ja, jetzt mach, dass du noch weiterkommst als überhaupt. Du bist horder. Du bist horder. Du bist horder. Warum? Wenn du es jetzt schaffst, ne? Ja? Dann? Dann ist man durch zu Ende, ne? Toll! Doch! Dann knutsch ich dich! No Homo. No Homo. Ja, genau. Ich weiß, über was wir Witze machen dürfen jetzt. Über Schule. Über Lukas große Nase. Nase große! Nein! Jetzt kannst du ein Level überschauen. Du bist genial. Oh, fuck you. Lukas hatte, glaube ich, was dagegen, ey. Wogegen? Ja, über die Witze. Das ist mir doch egal. Ja, und deswegen hat er jetzt die Volt gebenutzt. Das war's gar nicht, du. Froschanzug? Kein Froschanzug. Kein Froschanzug. Froschanzug ist cool. Das Level ist gay. Und du hast nur noch ein Leben. Ja, und? Ja, dann darfst du das erste Level gleich nochmal machen. Ich darf hier gar nichts nochmal machen. Das ist ein Pilz! Mir doch egal. Ja, okay, du bist froh. Entschuldigung. Kennen wir ja. Will ich auch hoffen, dass dir das leid tut. Dreh dich. Dreh dich. Nicht. Da hast du ein Pilz. Und da hast du extra Leben links. Egal. Wow. Was war da? Big Bertha ist das. So heißt der Fisch. Ja, eigentlich hat er doch aber voll die große hier... Nein. ...Gegner. So. Mario ist zu fett. Eigentlich voll die große Damage Area. Der muss sich eigentlich jetzt schon fressen. Der frisst niemanden. Oh, mal aber. Nein, was macht er dann? Mich frisst er nicht. Dich frisst er vielleicht. Streichelt der dich, oder was? Ich streichel ihn. Okay. Oh. Der Beste hat's geschafft. Ja, mit noch einem Leben. Egal. Ja, lass mir mal das Peak-Haus da. Damit ich... Ja, das kannst du sowieso nicht machen. Ja, damit ich halt eventuell ein Leben kriege. Ich will hier wägen. Du musst jetzt aber. Ach, easy going. Seh ich. Alter! Mein Gott. Das war ja... Ey, das war so easy. So peinlich. Ja, dann gönn dir mal das. Jetzt hättest du die Wolke benutzen können. Ja, und dann hättest du trotzdem das Castle machen müssen. Ja, und du hättest aber das Peak-Haus und Leben kriegen können. Ah, ja. Ich wollte aber nicht die Wolke benutzen. Und du wolltest lieber verschwenden, ne? Um aus Pilzhaus zu gehen. Hier, da ist nichts. Ein Thromp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich nehm die zweite Tür, okay? Ja, okay. Oh, Wasser. Ja, ist so überall. Das Level ist eigentlich voll easy. Bin verloren. Da ist Wasser. Da konntest du dir eine Power abholen, ne? Ja, ich wollt's mir ja grad holen. Aber dann bin ich auch so in die Röhre gesprungen. Ja, ja, genau. Hier kannst du unendlich Power abholen. Das ist gut, ey. Wärts nicht vor allem wegrennen. Wegschwimmen. Weglaufen. Wer hat das Power ab? Wer ist dein Dirty? Und jetzt? Da musst du auch. Jetzt musst du die richtige Tür finden. Ja, ich komm mir an keine Tür an. Nein, du musst wieder raus. Und dann... Ach so. Kapierst du? Tricky dicky. Und jetzt kannst du dir gleich auch wieder ein neues Power abholen, wenn du eine Summe brauchst. Die erste war es nicht, die zweite war es nicht. Gucken wir mal die dritte. Oh! Oh! Dritte ist auch nicht. Wieso? Hier sieht's doch schon anders aus. Ja, du bist aber trotzdem noch im gleichen Ding. Guck. Und rechts wieder das Power ab. Ich will aber kein Power ab. Ja, Blume wird überbewertet. Schwör. Ja. Eins, zwei, drei. Thwamp. Geist. Geil. Oh, fie... Mann, geh, geh, geh. Genau. Das ist wohl fünf. Du, 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 du. Du, 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 du. Gib mir... sogar eine Feather. Jetzt hast du auch einen großen Schwanz. Du schwarzer. Was? Nichts. Wie wird das an der Nase eines Mannes, erkennt man sein? Johanne Was hier rummehr damit meine, ich versteh's nicht Guck, das Power braucht dich nämlich jetzt Mhm Jetzt Und darfst Leben, das ist eh Und soll ich hier wieder reingehen oder was? Ja, nein, geht nicht Du hättest hier das Leben holen sollen Du hast doch nur noch eins Ja, und was soll ich jetzt machen? Egal, geht durch die Tür Endlich da Und jetzt muss der oben hin Und das war schon das Level Jetzt muss ich noch den Kurschvogel besiegen und Easy going Der fliegt, ne? Junge Ich wusste doch, was ich tue Ich dachte, du kriegst das Ich bin gerade auch richtig auf Adrenalin, ne? Puls von 500 Ach nee, locker Lass mir jetzt das Haus alles Ja, genau Ja, mach ich auch Ja, sonst alle Level nochmal Gönn dir Oh daneben Oh daneben Oh daneben Oh treffer Oh daneben Oh daneben Oh treffer Oh than alright